Bereit, dein OneNote auf ein neues Level zu heben? In den nächsten 60 Sekunden zeige ich dir drei geniale Hacks, die nicht nur deine Produktivität steigern, sondern auch deine Notizbuch-Erfahrung revolutionieren werden. Schau rein und lass uns starten! Angenommen, heute findet ein Projektmeeting von unserem Projekt XY statt. Wo kommt dann das Protokoll hin? Ganz einfach, hier im Termin kannst du gleich eine Verbindung zu OneNote herstellen und die Informationen, die es schon gibt zu dem Termin, nämlich während dem Teil, was ist das Thema und wann findet es statt, hast du gleich als Besprechungsdetail in OneNote. Hier haben wir den Link dazu. Und hier sind jetzt auf der Seite die Informationen aus dem Termin. Wenn jetzt hier im Protokoll von unserem Projektmeeting eine Aufgabe dabei ist, die du erledigen musst, dann kannst du das ganz einfach in dein Outlook einplanen, indem du einfach hier in diesem Punkt bist und auf Outlook-Aufgaben klickst, benutzerdefiniert und schon landest du hier in den Outlook-Aufgaben, was du an dem blauen Hintergrund erkennen kannst. Und dann kannst du das entsprechend einplanen. Wenn du zwei Wochen im Urlaub warst und dich auf den aktuellen Stand der Dinge im Projekt bringen möchtest, dann kannst du einfach hier oben bei Verlauf, Letzte Änderung, Letzte 14 Tage auswählen und dann zeigt dir OneNote an, was alles in den letzten 14 Tagen geändert wurde.